Hi, mein Name ist Banayotis Karajaljus. Ich bin einer der Inhaber von DOS Orthopädie und Unfallchirurgie und bin als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Büsseldorf tätig. Wenn Sie Beschwerden an Ihren Gelenken, wie zum Beispiel an Ihren Knien, Schultern oder Sprunggelenken haben oder seit längerer Zeit unter Schmerzen an Ihren Sehnen oder an Ihrer Wirbelsäule leiden, dann sind Sie bei mir genau richtig. In meiner über 16-jährigen ärztlichen Tätigkeit habe ich neben der Erlangung des Facharztes für Orthopädie und Unfallchirurgie die Zusatzbezeichnung Spezielle Orthopädische Chirurgie erbauen. Nach einer anschließend dreijährigen Tätigkeit als Oberarzt in einem Akutkrankenhaus in Düsseldorf konnte ich einen umfangreichen Erfahrungsschatz in allen Verletzungen und Behandlungen des gesamten Bewegungsapparates erlangen. Einige meiner Behandlungsschwerpunkte sind arthroskopische Operationen an Knien und Schultern sowie schonende Eigenbluttherapien. An unserem Praxisstandort im Zentrum von Düsseldorf finden Sie eine modernst eingerichtete Praxis auf dem neuesten Stand der Technik vor. Dadurch habe ich die Möglichkeit, Sie in einer geborgenen Atmosphäre optimal medizinisch zu betreuen. Ich möchte Ihnen helfen, ein Bewusstsein für Ihren eigenen Körper zu schaffen, um Sie bei der Entscheidungsfindung Ihres individuellen Problems mit einzubeziehen. Denn erst wenn Sie als Patient verstehen, welches Problem vorliegt und welche Therapiemöglichkeiten bestehen, dann können Sie auch nachvollziehen, warum welches Vorgehen sinnvoll ist. Dadurch kann dann gemeinsam eine individuelle Lösung erarbeitet werden, die Ihnen einen nachhaltigen Effekt bringt. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie mir Ihr Vertrauen schenken und Sie sich mit Ihren individuellen Problemen an mich wenden. Gerne stehe ich Ihnen gemeinsam mit meinem Team jederzeit für alle typischen Fragen zur Verfügung. Für weitere Informationen schauen Sie sich einfach auf unserer Webseite um oder vereinbaren Sie direkt einen Termin für ein Beratungsgespräch in meiner Sprechstunde. Ich freue mich auf Sie, Ihr Panagutschka Dachaljas. Ich freue mich auf Sie, Ihr Panagutschka Dachaljas.